Was geht Leute, Boric hier. Nächstes Video und zwar diesmal Smuggler Stash, deutsch Schmuggler versteckt. Zweite Aufnahme, weil die erste abgeschmiert ist. Und zuerst hier rein. Lassen den den killen. Und hier ist auch schon der erste Schmuggler. Und hier ist auch schon der Schmuggl. Alles klar, wenn ihr den Boss dann auch geledigt habt, dann seid ihr praktisch schon durch. Hier gibt es auch noch einen Schatz, d.h. ihr müsst vorher noch den Raum kehlen. Wie sonst war es das noch an der Dämpfe. Nicht weiter kompliziert oder schwer. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Dropbox Ordner, wo sich die Screenshots von allen Instanzen befinden. Inklusive verzeichnet sind die Geheimnisse, z.B. die Secrets, Champions und wo sich die Schätze befinden. Und auch eine Route, wie ihr am schnellsten die Instanz abfarmen könnt. Falls ihr Keys, Codes oder Bounties abfarmen könnt. Alles klar, sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.